Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernkurs zu Mercalli 6, dem führenden Programm zur Stabilisierung von verwackelten Videos. Mein Name ist Ernst Stede und in diesem Lernkurs zeige ich Ihnen alle Funktionen von Mercalli, denn Mercalli enthält nicht nur die Funktionen zum eigentlichen Stabilisieren der Videos, wie das Glätten der Bewegungen oder das Korrigieren der heimtückischen CEMUS-Fehler. Wir können auch die Weitwinkelobjektive korrigieren, also den sogenannten Fischaugeneffekt. Wir haben einen Farbverstärker zur Verfügung und allerlei weitere Funktionen wie das Drehen unserer Videoclips. Ja, und dann gibt es, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen können, eine Fülle von Optionen und Parametern zur Stabilisierung und nicht nur das, sondern wir haben auch eine ganze Reihe von Effekten, die wir anwenden können. Das beginnt über die Farbe, geht weiter über die Einstellungen zum Layout. Wir haben die Möglichkeit, eine Vignettierung einzuschalten oder sogar verschiedene Lichtquellen. Und alle diese Parameter, die die Stabilisierung und die Effekte und so weiter betreffen, sind alle einzeln individuell per Keyframes steuerbar. Das macht Mercalli natürlich umso leistungsfähiger und damit nicht genug. Wir können in Mercalli nicht nur mit einem Videoclip arbeiten, sondern wir haben eine komplette Stapelverarbeitung integriert. Das heißt, wir können mit einer ganzen Reihe von Videoclips arbeiten, für jeden Clip individuelle Einstellungen treffen und dann den Export starten und Mercalli kümmert sich um den Rest und arbeitet dann die komplette Quellablage ab und exportiert einen Clip nach dem anderen. Und so können wir dann uns entspannt anderen Dingen widmen. Das Ergebnis unseres Exports finden wir dann auf dem Reiter Zielmedium. Hier erscheinen dann alle Clips, die fertig exportiert worden sind. Und damit nicht genug. Wir können, wie wir hier auf der linken Seite sehen, auch mit Vorlagen arbeiten. Und da werden schon eine ganze Reihe von Vorlagen mitgeliefert. Und wir können selbst eigene Vorlagen anlegen. Die beinhalten dann einen oder mehrere Parameter, die wir eingestellt haben. Mercalli 6 bietet uns eine Fülle von Funktionen, die weit über das einfache Stabilisieren von Videos hinausgehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei diesem Lernkurs.